Musik Jugendliche leisten Jahr für Jahr unglaublich viel Engagement, auch freiwilliges Engagement, und zwar 1 Million Stunden pro Jahr. 30'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Einsatz sein, in den nächsten 72 Stunden, ganz unterschiedliche Leute, mit ganz unterschiedlicher Herkunft, mit oder ohne Behinderung, unterschiedliche Religionen, aber alle haben das gleiche Ziel. Sie sind motiviert und haben die Freude, sich einzusetzen für ein gutes Projekt, für ein gutes Projekt, für das Zusammenleben der Leute hier in diesem Land, in der Schweiz. Hallo, ich bin Lorin, ich komme von Villerautingen. Ich bin Zeni. Ich bin Zemea Gerber, ich bin Zeni und komme von Könitz. Ich bin Atari, ich bin Zeni und komme von Könitz. Ich heisse Gami Gross, mein Vater Name ist Baski und ich komme von Cressier, aber ich bin ihr Vater Andromeda-Murte. Ich bin Mara Scalabrini, mein Vater Name ist Sphinx und ich bin zwölf, ich komme von Villerautingen. Ich habe gedacht, das ist für einen guten Sinn und ich habe gedacht, ja, es macht die ganze Abteilung mit und es wird sicher einen grossen Spass. Ich weiss nur, dass wir irgendeine Kiste aufmachen müssen. Ja, also, dass man so gut wie möglich jetzt mithilft bei der Aufgabe, die man hat. Also, dass man so viel wie möglich macht, dass man diese Aufgabe gut bekommt. Oh, ja, es ist einfach eine gute Aktion und das muss man fast mehr machen, ja. Ja, echt, dass man anderen Leuten helfen kann. Also, ich freue mich darauf. Ja, sehr. Ich bin der Kudu, ich bin die 23er, ich bin von Könitz und ich bin der Abteilungsleiter von Fati Falkenstein Könitz. Wir wollen überbringen, dass man ab und zu etwas Gutes machen soll für andere Menschen, für andere, wo es halt auch ein bisschen schlechter geht, wo ein bisschen mehr Probleme haben als wir mit unseren Luxusproblemen. Also, ich heisse Jean Schöberg, Aara, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Liefeld. Also, wir sind Diala und Zaina und kommen von Könitz und sind beide zwölf. Ich bin die Merida, ich bin 9 Jahre alt und komme von Mittelhäuserei. Die Fati macht Spass und ja, es wird sicher lustig und spannend. Weil ich denke, das wird sicher mega cool. Sehr, wir freuen uns sehr. Ich finde es cool, dass 30'000 Schweizer Jugendliche gleichzeitig irgendein gemeinnütziges Projekt umsetzen. Und das nicht nur für Fati, sondern auch für ganz viele Jugendorganisationen. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir dort nicht mit dabei wären. Also, wir machen einen Floh-Merit. Und helfen, also rumänische Jugendgruppen. Also, so ein Fati. Das ist definitiv eine Herausforderung. Nein, nein, das ist ganz leicht. Ja, schon, aber wir werden schon arbeiten. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go!